Das war jetzt lustig, dass ich im Halbschlaf mir eine Melodie aufdrängte als Ohrwurm, von der ich nicht wusste, woher sie kam, bis ich dann feststellte, mit eher widersinnigem Erstaunen, widerwärtigem Erstaunen, dass es sich dabei um Wagner gehandelt haben muss, als irgendeine Overtüre. Das war der Teil, der mir in den Sinn kam. Da 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 Aber jetzt bin ich zu wach, jetzt funktioniert das nicht mehr automatisch. Ich weiß nicht was das ist, Tannhäuser oder so.